Das ist Kospanyis Trainerteam. Vincent Kospany wurde zum Münchner Trainer ernannt. Doch wie sieht sein Trainerteam aus? Vincent Kospany übernimmt zur neuen Saison die Leitung des FC Bayern. Der Belgier kommt vom Premier League-Absteiger FC Burnley an die Isar. Aber er kommt nicht allein. Bei der Zusammenstellung seines Trainerteams setzt der 38-Jährige auf Kombinationen. Mittlerweile hat er seinen Co-Trainer Floribé den Garula dabei. Mit seinem Landsmann hat er bereits bei Anderlecht und bis vor kurzem bei Burnley zusammengearbeitet. Das berichtete der Peti-Visender Sky. Darüber hinaus heißt es, er wolle René-Marie auf seine Seite ziehen. Marie kennt Kospanyis neuen Verein bereits, da er derzeit die U19-Mannschaft des FC Bayern trainiert. Das Unternehmen plant, einen Außenstehenden als dritten Assistenten einzustellen. Aaron Dunks kommt vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough. Kospanyi arbeitete zuvor mit dem 38-jährigen Engländer beim RSC Anderlecht zusammen. Vielleicht passiert beim FC Bayern etwas Ähnliches. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein. Untertitelung des Zweitligistische Service